Hallo zusammen, in dem heutigen Video wollen wir uns einmal Saugroboter mit einer Wischfunktion anschauen und zwar von der Marke Dreamy. Und dabei gehen wir heute explizit mal auf den Dreamy L20 Ultra Roboter Staubsauger ein mit einer Absaugstation und mit Wischmobs unten dran, also wirklich ein High-End-Gerät, was ihr seinesgleichen sucht. Den schauen wir uns heute mal an mit den technischen Daten, mit den Bewertungen und werden zum Schluss auch selbstverständlich einmal die wichtigsten Vorteile für euch nochmal auflisten. Natürlich werden wir diesen Roboter Staubsauger in der Videobeschreibung verlinken. Schaut mal rein, klickt mal jetzt direkt auf den Link drauf und dann kommt ihr zu diesem Produkt. Und da würde ich sagen, schauen wir uns den mal ganz genau im Detail uns an. Und auch bei diesem Modell haben wir zwei sehr hochwertige Wischmob-Einheiten hinten dran verbaut. Wie ihr schon sehen könnt, die drehen sich auch hier und können auch hier seitlich rausfahren, um somit noch effektiver an den Rändern hier die Wohnung zu reinigen. Das ist wirklich eine sehr durchdachte Technik. Die kann man auch hier in dieser Ladestation praktisch entnehmen, sodass er praktisch dann nur für den Saugbetrieb dann ja durchfährt. Und der hat 7000 Pascal an Saugstärke. Also auch hier kann man problemlos auf Teppichböten alles praktisch dann aufsaugen. Also wirklich ein Top-Gerät, was hier seinesgleichen sucht. Und auch sonst gibt es hier einen sehr großen Auffangbehälter mit einem Frischwassertank. Er reinigt automatisch auch diese Wischmob-Einheiten und kann natürlich auch hier diese automatisch dann direkt trocknen, sodass er nicht anfängt zu schimmeln oder zu stinken. Also hier fehlt es wirklich ja nichts mehr. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz auf die Produktseite drauf. Den Link gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein, klickt mal dort drauf und dann kommen die direkt auf diese Seite hier. Dann gibt es natürlich auch hier von diesem Modell verschiedene weitere Versionen dazu. Aber diese L20 Ultra Version, die kostet hier aktuell 1199 Euro. Wir gehen mal kurz weiter runter hier zu den technischen Details dazu. Da steht nochmal alles ganz genau drin, wie ihr schon sehen könnt. Abmessungen, Gewicht und grob. Hier nochmal zur Marke Dreamy an sich. Es gibt hier wirklich sehr zahlreiche gute Bewertungen dazu. Der hat in sehr vielen Tests wirklich Bestnoten erzielt, dieser Saugroboter mit Wischfunktion und somit ist auch hier uneingeschränkt zu empfehlen. Er hat hier wirklich eine sehr gründliche Reinigung mit dabei. Er ist sehr durchdacht, ist ja auch komplett vollautomatisch unterwegs und punktet auch hier mit einer sehr hohen und leistungsfähigen Saugkraft. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Schluss nochmal kurz auf die Bewertungen dazu ein und gehen die nochmal kurz in aller Ruhe durch. Auch die fallen wirklich dementsprechend natürlich auch sehr gut aus. Wir haben hier ein sehr gutes Modell, ist wirklich ein Top-Gerät, eine sehr gute Alltagshilfe und auch sonst gibt es hier keine großen Probleme. Also, ich würde sagen, unser Vergleichsieger steht fest, es wäre jetzt hier der Dreamy L20 Ultra Saugroboter mit Wischmob-Funktion. Wir gehen mal kurz die Vorteile für euch durch. 7000 Pa an Saugkraft, eine lange Laufzeit, erst selbst reinigen, hat ein Duo Scrub Wischmob mit dabei und eine sehr gute App-Steuerung. Das soll es nun gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle Links zu diesen Produkten, die gibt es natürlich unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein, klickt mal dort drauf und abonniert am besten jetzt mal direkt unseren Kanal.